Im folgenden Video stellt sich Matthias Steinberg die Frage spielt ernst Serious Games? Zu Beginn setzt sich Matthias Steinberg mit dem Begriff der Serious Games auseinander. Dieser Begriff scheint ja durchaus gegensätzlich zu sein und anhand einiger Beispiele stellt Matthias Steinberg fest, Spiele müssen nicht immer unterhalten und Spiele können manchmal Wissen vermitteln. Und die Widersprüchlichkeit aus Ernst und Unterhaltung macht Serious Games aus. Welche Spiele kennen sie und waren diese immer unterhaltsam? Oder haben sie vielleicht sogar schon ernste Spiele gespielt? Hi, mein Name ist Matthias Steinberg. In diesem MOOC trete ich als Computerspieleforscher auf. Arbeiten tue ich am Zentrum für Lehrerinnenbildung in der Arbeitsgruppe Digitalisierung im Bildungsbereich. Mit Computerspielen beschäftige ich mich seit meiner Kindheit. Ernsthaft zum Leidwesen meiner Eltern, die Computerspiele verweigern, erst seit 2018 im Unterrichtskontext. Im folgenden Vortrag geht es um Serious Games, ernsthafte Spiele. Ein neues, altes Phänomen. Der Begriff Serious Game ist meiner Meinung nach ein Oxymoron. Ein Oxymoron ist die Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe. Damit will ich andeuten, dass es in den meisten Serious Games um vorgeblich Widersprüchliches geht. Diesen Vortrag möchte ich in zwei große Themen teilen. Im ersten Teil möchte ich einen Umriss des Phänomens Serious Games aus meiner Perspektive anbieten. Im zweiten Teil möchte ich Beispiele dafür präsentieren, um was es in Serious Games geht oder gehen kann. Beginnen wir also mit der Historie des Oxymorons Serious Games. Ich folge dabei Chauty, Alvarez, Giselle und Rompnouz-Recherche aus 2011. Ein häufig erwähntes Beispiel ist Clark Abts 1970 veröffentlichtes Buch Serious Games. Der 1937 aus Deutschland migrierte Lehrer und Forscher hat das Spiel Tempa entwickelt. Es ist ein militärisches Lernspiel über den Kalten Krieg. Er unterscheidet dabei Casual Play und Serious Play. Es ist ihm darum gegangen, einen expliziten, durchdachten Ausbildungszweck vorauszusetzen. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit um dieses Buch wäre es denkbar, Serious Games hätten einen militärischen Ursprung. Allerdings ist der Begriff älter als Abts Buch. In der Literatur wird der Begriff weit über Brett, Karten oder Computerspiele hinausgehend gefasst. Bereits Neoplatonisten haben leichtherzigen Humor zu ernsten Themen als Serio Ludere beschrieben. 1912 ist die skandinavische Novelle mit dem übersetzt deutschen Titel Das ernste Spiel erschienen. Die Novelle behandelt das Thema des Betrügens im Zusammenhang mit Ehebruch. Und ungefähr zeitgleich zu Abts Buch ist 1973 das Buch The New Alexandria Simulation – A Serious Game of State and Local Politics erschienen. Dieses Buch soll die grundlegenden politischen Mechaniken der USA vermitteln. In den Ursprüngen des Begriffs ist es also nicht vordergründig um Militärisches gegangen, aber mit Abt auch darum. Kommt einfach darauf an, was Sie als Ursprung betrachten. Wir verlassen die Literatur und kehren zurück zu digitalen Serious Games. Chao Ti hat analysiert, dass die späteren, also die zwischen 1980 und 2009 veröffentlichten Serious Games hauptsächlich im Bildungs- und Werbebereich entstanden sind. Chao Ti argumentiert, dass der dominante Fokus auf Unterhaltung bei Spielen und Spieleplattformen den Begriff Serious Game als Gegendarstellung heute attraktiv macht. Es gibt ja den Stereotyp, Spielen macht Spaß. Deshalb ist es attraktiv, bei der Distribution eines Serious Games eine andere Intention vorzugeben, als einen möglichst hohen Umsatz zu erzielen. Schließlich gibt die Debatte über unseriöse Inhalte oder unfaire Entwicklung und nicht zuletzt das Thema Stereotyp-Repräsentation in Videospielen generell ein Motiv, eine begriffliche Unterscheidung zu machen. Basierend auf Chao Ti und an dieser Stelle zu umfangreichen Texten von Baird, Harrer, Passmore, Rush, Spiel und vielen weiteren zeigt sich für mich, dass die Begriffsdebatte also der Entwicklung folgt. Sie lenkt ab von den Situationen und den Kontexten, die diese Spiele inspirieren, von den dargestellten Charakteren und Menschen, für die diese Serious Games gemacht wurden und von den Menschen, die sie spielen und wie sie sie spielen. In diesem Sinne nun zu Beispielen und deren MacherInnen. Vielleicht wollen sie die Spiele jeweils vorher ausprobieren, bevor sie weiter zusehen. Kommt einfach darauf an, was sie als ernsthafte Auseinandersetzung betrachten. Anschließend an Chaotis Kritik des überwiegenden Unterhaltungsfokus möchte ich Paolo Pedercini die Person hinter Molle Industria erwähnen. Molle Industria ist ein Game Design Studio mit dem Untertitel Radical Games Against the Tyranny of Entertainment, frei übersetzt radikale Spiele gegen die Tyrannei der Unterhaltung. Das erste Beispiel ist also das Spiel Democratic Socialism Simulator. Das von der Mechanik her Tinder-ähnliche Spiel fordert Spielende auf, politische Agenden entweder zu verwerfen oder umzusetzen. Es macht die Auswirkungen auf im Spiel dargestellte virtuelle WählerInnen oder das Ausmaß an Kontrolle über den US-Kongress erfahrbar. Es ist ein Beispiel für ein Series-Game mit explizitem Politikbezug. Anfangs hat Paolo Pedercini Adobe Flash Original Macromedia Flash zur Umsetzung seiner Spiele genutzt. Dieses Spiel hat er mit Unity umgesetzt. Durch das langsame Sterben der Flash-Technologie sind die meisten Spiele heute nicht mehr spielbar. Und in der Internet-Folklore wird erzählt, Flash sei durch Steve Jobs Artikel Thoughts on Flash aus 2010 abgesägt worden. Jobs war damals motiviert, seinen recht neuen App-Store attraktiv zu machen. Adobe hat die Umsetzung plattformkapitalistischer Ziele von Apple schwierig gemacht. Tatsächlich hat die Technologie Flash im Webbrowser 2021 ein Ende gefunden. Flash-Inhalte zeigen nun eine Meldung mit einer URL zur End-of-Life Nachricht von Adobe. Um bei der Technologie Flash zu bleiben, geht doch das Beispiel zu wechseln nun zum Spiel Elude. Dabei geht es um die Natur des Menschen im Speziellen um Depression. Doris Rouge, Autorin des Buchs Making Deep Games und Professorin an der Universität Uppsala hat das Spiel Elude gestaltet. Das Spiel setzt auf räumliche Metaphern, um Erfahrungen von Depression zu kommunizieren. Durch Einsatz von Passion, durch Resonance, wandern Spielende immer weiter nach oben am mitscrollenden Bildschirm. Die Bewegung nach oben als therapeutischer Akt. Die zentrale Mechanik von Doodle Jump, falls Sie das kennen, passt er beispielsweise ganz gut. Rouge setzt bei der Gestaltung ihrer Spiele auf tiefe Auseinandersetzung und Kollaboration. Nach umfangreicher Hintergrundrecherche, mit direkten Kontakt mit den AutorInnen ihrer Quellen und in vielen Workshops nutzt sie beim Design therapeutische Prinzipien. Die Quelle der Transformation beim Spielen ist also das Selbst. Das nächste Beispiel ist das Spiel September 12. Der Macher Gonzalo Frasco ist ein Vertreter der Ludologie. Ludologie ist schnell gesagt eine methodische Perspektive innerhalb der Game Studies, welche die pure narrative Betrachtung von Computerspielen erweitert. Er kritisiert in seiner Masterarbeit Video Games of the Oppressed, neben vielen spannenden Fragen zu Series Games, auch die Einfältigkeit vieler Spiele nur eine Lösung für ein gestelltes Problem erfahrbar zu machen. Diese Einfältigkeit macht es umgekehrt möglich, einzelne Aspekte komplexer Zusammenhänge direkt erfahrbar zu machen, wie er es in seinem Spiel September 12 zeigt. Das Spiel bearbeitet das Argument, dass eine direkte militärische Interversion auf die Ereignisse des 11. September 2001 das Risiko weiterer terroristischer Attacken steigern würde. In dem Spiel sind die Spielenden aufgefordert, Menschen, die wie Terroristen aussehen, mittels Drohnen, dargestellt durch ein Fadenkreuz, ferngesteuert, zu töten. Das letzte Beispiel ist Fran Bow. Gemacht wurde es von Natalia Figueroa und Isaac Martinson. Finanziert wurde es über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Das gruselige Point-and-Click-Adventure versetzt Spielende in die Situation von Fran, einem zehnjährigen Mädchen, das mit dem Tod ihrer Eltern zu kämpfen hat und deshalb in einer Nervenheilanstalt kommt. Mr. Midnight, eine schwarze Katze, begleitet sie zunächst. Eine ungewollte Trennung bringt Fran jedoch auf eine Reise, die schmerzhaft, blutig, aber auch süß ist. Minigames können übersprungen werden, um der Geschichte besser folgen zu können. Im Spiel zwingen Ärzte Fran zur Einnahme von Medikamenten. Klinisch-pathologische Ansätze zum Umgang mit Fran-Situation werden dadurch thematisiert. Die Annahme, dass Süßes und Schmerzhaftes in einem Computerspiel nicht zusammenpasst, ist der Grund, warum ich es in diesem Vortrag erwähne, da wir vom widersprüchlichen Charakter des Begriffs Serious Game ausgegangen sind. Damit haben wir etwas zum Begriff Serious Games gehört und kurz Beispiele kennengelernt. Ich habe noch ein wenig weiterführendes Material hier im Vortrag erwähnt und angeführt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Neues über Serious Games erzählen und wünsche Ihnen noch viel Freude beim weiteren Teilnahme am MOOC.